dort noch was das war es und das ist was da ist auch was ich schick weil er kommen wir sowas zum zum bauz die Spums also ja für müssen wir zuerst zu schräg ist und da hat ein rotes da jetzt sind und da macht er uns dahin das das hier unten ist schon richtig ich komme wieder runter setzen wir das dahin jetzt du fliegen krass durch und da oben einsetzen jetzt hast du da drauf ich hab mir bett kapiert hurra auf die barrikade darauf auch ich habe ein Prozent er muss ein welcher mit der Worte ist ach so jetzt muss ich fest und setzen Prozent gut genau du sieg an der Richtung denn es soll die Liste und ich spreche zuerst was uns sein die liefst die erste Sätze bei die Lille ist Ich geh zuerst durch die Liedes Aua Sofa Du bist so ein Volldämm Du bist doch vor mir durchgegangen Also ich bin durch, ich weiß nicht was du hast Verdammt, wir müssen beide durch Hi Aua Jetzt gleich kann ich das erst durch, jetzt mache ich erstmal eine Party, die ich gerade abgenommen habe Äh... Nein Sofa Du bist so ein Held Ja Danke, danke Nein Warte mal, ich will was ausprobieren Ich will was ausprobieren Nein Guck mal Guck mal Komm auf mein Screen Lol Äh... 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 So... Sag mal, mein Gehirn ist ja wirklich total im Arsch hier gerade Ich muss einfach das gerade überhaupt nicht checken Du musst einfach das gerade überhaupt nicht checken Du sollst mich einfach da rüber holen Ich muss da unten hin Was? Warte mal, ich will jetzt erstmal was ausprobieren Warte mal, ich will jetzt erstmal was ausprobieren Nein, ich hab den Jump gefehlt So, wünsch mir Glück beim Sp... Waaaaaah... Ha! Oh nein, dass ich da mein Lila nes... Dann... Bin ich bei dir, hörst du das? Nichts Wow... So viel Da runter! Da muss ich hin Da muss ich hin Ach so... Sag das doch Boah, ich will wieder runtergerutschen Ich glaub, ich penn gleich ein Das mach ich gerade Das ist mir auf jeden Fall lustig Ja, nein Ja, doch, ok, kannst ruhig Doch, 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 doch Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es richtig war Und jetzt setze ich statt Beim... Da... Und dann können wir da wieder durch Jetzt, Ladies first Ja Ladies first, ok Und ich bin drüben Ich hab's ganz alleine geschafft Ich hab's noch aufregender wird Warte ich die Remontageeinheit euch nicht neu zu montieren Sie lehnte ab Verständlich, das lehre als würde man mich bitten mit dem Testen aufzuhören Es wäre dennoch aufregend gewesen Ja Ja, 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 klar, du Ich weiß, was noch aufregend wäre Eine Karotte, der dahinter Zweitmal Psst Du klotz mir die ganze Zeit aufm Arsch Hm... Dein süßer Brotstange auch Was willst du mir denn hinterschieben? Ich war nötig Oh, na, man Laserkanone halt Das vergessen wir mal ganz schnell Lasst uns jetzt das Brückenbau üben Die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse vor allem, weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann Ja, auf jeden Fall So stimmt es, so stimmt es Nicht So stimmt es Und dann muss Warum bist du gerade so leise? Besser? Du bist gerade extrem leise geworden Warum? Du wirst leiser geworden Lauf! Bist besser? Hallo Bin ich in der Reise oder was? Mh, geht Ich verstehe aber nicht, warum Aaaaaaah Wir müssen aber uns die Brücken umgehe holen Jetzt setzt du Hier So war so viel zum Thema Was denn? Lass mich doch Du Vogel Aber ich wollte das dann hier gut. Lauf, 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 lauf. Ihr seid gut. Boah, ich hasse Tourette-Türme. Ähm. Ah! Oh, 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 oh. Das wollte ich auch gerade sagen. Hä, da können wir doch gar nichts hinsetzen. Also hier geht nichts. Oh! Höh. Ja. Du hast halt überlebt, weil ich gerade noch zu Seite gegangen bin. Da würde ich nicht stehenbleiben. Da würde ich nicht stehenbleiben. Da würde ich nicht stehenbleiben. Ich darf das zu. Wie sollen wir jetzt da... Warte, 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 lasst mich doch mal durch. Lasst mich doch mal durch. Die zielen doch nicht. Werde ich töten. Warte, ich... Oder? Nein, nein, doch. Nein, hä? Hallo? Das muss ja schon mal hier hin. Das musst du hier... Hier, das hast du hier schon da unten gesetzen. Und das andere da hin. Tada! Oh, 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 oh. Ich wusste doch ganze Zeit, wie es geht. Oh, 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 oh. Warte, warte, seit... Nach dem Countdown. Das Ding muss weiter nach dem Countdown. Dann mach ich kurz weg und dann mach ich wieder hin. Okay. Also wann drückst du? Äh, ja, oder? Dann mach ich's weg. Und wieder am hin. Wir sind wie Pro. Oh. Ja, hin. Und jetzt musst du's wegmachen. Sie sind ja Pro. Oh, yes. Oh, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat. Jetzt ist er nutzlos. Ramon labert sich eigentlich immer von Menschen, die an diesem Test verzweifelt sind, obwohl noch nie jemand bei diesem Test war. Ach, egal. Wer sich doof ist. Ach ja, ich muss da ein Stück nach hinten. Du stehst nicht richtig dran. Also, irgendwie ist klar, dass du doof. Schon, wir haben noch, glaube ich, jetzt ein Uhr noch was. Ja, schon. Ich weiß auch nicht, ich denke, wir machen die Aufnahme trotzdem noch zu einem Komplett. Falls ihr euch über den Geruch, das ist nicht. Oh mein Gott, Turm, 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 Turm. Der Geruch fehlt mir. Hallo. Oh mein Gott. Ähm, nee, falsch. Es schießt auf mich. Auf mich nicht. Sicher? Hey! Ich hab gefragt, du Sackgesicht. Und es sind keine Tests mehr. Die müssen wir irgendwie rumschubsen. Was durst du tust? Ah, das war falsch. Das war falsch. Nein, ich hab's, ich hab's so. Jetzt müssen wir da hoch. Gleichzeitig. Setz da oben ein Portal. Und da unten. Jetzt durch und dann muss ich schnell einsetzen. Nein! Nein! Ach so. Oh, warte mal, ich steh falsch. Da! Da! Guck mal, wo ich hingeflogen bin. Die Montageeinheit hat übrigens noch andere Montageaufgaben. Da oben musst du dann irgendwie einsetzen. Okay. Ach da! Nein, das bringt uns doch gar nichts. Ficker. Ich wollte schnell oben durch, damit ich wieder durch der Portal beschädige. Warte, lass das, lass das mal so. Na, endlich bist du wieder da. Äh, tschüss. Äh, das hat's jetzt auch. Gebracht, ich weiß. Folge. Aber wir müssen ja... Ah, ich weiß wie, ich weiß wie. Portale wieder oben hin. Ey, du probischer... Nein. Turm, siehst du mich nicht? Ich hab ne Idee, warte, mach noch nichts, mach nichts, mach nichts, mach nichts, mach nichts, mach nichts. Ich weiß, wie's richtig will. Mach nichts, mach nichts, mach nichts. Doch. Nein, warte. Ich muss gleich einfach nur da hin. Warte, 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 warte. Gleich muss ich einfach nur da hin. Mach mal nichts. Darauf kann man bestimmt stehen. Warte mal. Siehst du rein runtergeaut? Ich schaff das. Ich glaube, ich bin runtergeklatscht. Was? Ach, doch nicht. Ich hab ne Pone dahin gesetzt, dahin. Und dann bin ich totgestürzt. Warte mal, geht das? Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, sonst stirbst du noch. Oh, das passt gar nicht. Ey. Deswegen. Verdammter Drecksroberteil. Warte, jetzt passt doch mal auf hier. Ich glaube, da kann man doch nicht draufstehen. Irgendwie rutscht ich da mal ab. Du musst ja auch da oben eins hinsetzen. Da eins hinsetzen. Dann muss ich, wenn du... Oh, 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 oh. Nein, falsches, falsches, falsches. Es zielt auf. Geh wieder hoch, geh wieder hoch, geh wieder hoch. Wo steh ich denn jetzt? Ich setz hier oben das Schutzschild. Dann bleibst du da stehen. Mach dein Portal am besten da hin, damit du nicht reinfällst. Ja, so. Siehst du? Jetzt musst du genau da hinten und dann gegenspringen. Wow, ich hab den Roboter in der Hand. Ich ziel auf dich. Ich muss jetzt nur noch hier hoch. Schade, geht nicht. Dann muss ich mir hier einsetzen, dann da und dann komm ich. Wieso hab ich jetzt überhaupt den Roboter in der Hand? Ich kann ihn auch loslassen und wieder hinstellen. Oh. Oh, okay, ich hab wieder. Ey, nicht runterwerfen. Ich wollte ihn mitnehmen. Der wäre eh verreckt hier. Ja, egal. Oh, 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 oh. Ja, ich stehe halt einfach doch rum. Ähm, ach, ich weiß wie. So, so, weißt du das also? Ungefähr da, ist richtig? Ich glaube? Ne. So weit. Oben. Ducken, ducken. So müsste passen, jetzt musst du da und da Da Jetzt Jetzt komme ich dir nach, oh da muss ich jetzt da musst du ein portal hinsetzen Jetzt da Duck dich, du bist geduckt, fuck ich kann das nicht mehr zurück machen, nicht tiefer Warte mal Stellst du die Barrikade einfach nochmal neu, sodass du geduckt da stehen bleiben kannst Jetzt, mach mal jetzt, mach mal jetzt Oh, das ist eine gute Idee So, irgendwas habe ich jetzt hier, ich habe zwei Dinger Hier ist aber nichts mehr Warte mal Ja, komm ruhig zu mir, komm Mit dem Ding am besten, einfach Oh, wird's schon gut, bleib da Ah Nein, geh links, geh Warte, ich kann dich da drauf liegen lassen Nein, ich weiß nicht jetzt, ich weiß nicht jetzt, ich weiß nicht jetzt Bist du bei mir? Gut Weil dann versuche ich jetzt mal einfach den hier runter Ja Wir haben es doch geschafft Schnell, komm Komm Nö, haben wir nicht Was hast du diese Ewigkeit? Mann Ja, ich kann das portal aussetzen Entschuldigung, jetzt komme ich da nicht mehr rüber Setz du einfach die Barrikade Die hab ich wie gesetzt Dann setz ich dir das Und du kommst zu mir So Und jetzt auf mich gleich sein Stehst im Weg Ich dachte, das eh so so nicht Weil dann die beiden nicht blockieren Oh Warte mal, rein theoretisch Nein, doch nicht Das geht genau durch die durch Nö, nee, geht nicht Setz doch das, Poker Das ist Jetzt, renn durch, renn durch, renn durch Oh, oh Und hier können wir stehen bleiben Glückwund Hätte ich diese Tests reparieren können Wird ihr mit Sicherheit gescheitert Also nochmals Glückwunsch Zur Bewältigung der defekten Primitiven Tests Ey, wir haben doch die Blöcke Rein theoretisch können wir uns hier damit kaputt machen Jetzt ernsthaft Oh Und noch mal Wir kriegen ja die Bälle, wenn ich den Knopf drücke